so leute herzlich willkommen zurück zu life is strange oh mein gott jetzt hält dieser typ auch noch mich auf hier ich glaube es geht los bei den Taren Wien vorliegen das ist die Frequenz die märz wenn damit zu machen warum schon und worden ist auch ein cooles Sachen ins Wort die sie mit in der Kurs um damals das ist natürlich schön um schnell deine letzte Aktion rückgängig zu machen Das ist natürlich cool. Das ist natürlich richtig geil hier. Hättet ihr es auch in der Schule? Schreibt mal in die Kommentare. Wahrscheinlich schon. So. Das ist natürlich eine coole Sache. Ah, jetzt raus hier. Er hat 2 und schneller zu laufen. Rennen im Flur ist untersagt. Ja. Und dann kommt er an. Aha. Wird wieder gepöbelt. Ah, okay. Das ist ganz, ganz toll. Ne. Sehr, sehr schön. Zack. Ah, das ist natürlich geil. Ja. Das ist natürlich. Tja. Das ist natürlich cool. Das ist natürlich eine geile Sache hier. So etwas will ich auch öfters malen. Gern. Tja. Mh-mh. Ja, ich bin immer nur da. Das ist schön. Mh-mh. Okay, jetzt können wir jetzt sagen, warum der Direktor meinen Namen weiß. Das ist natürlich ein bisschen strange. Mensch, ist das etwa eine ganz gefährliche Braut, oder was? So, gehen wir zu dem. Wir bedanken uns. Mieses Gehört. Ja. Äh, bleib mal ganz geschmeidig, man. Alter, rück mir. Tue mir bitte. Nicht auf die Pelle rücken. Ich habe gerade gesehen, Nathan Prescott, rückwärmlich, in der Mädchen. Nathan Prescott. Du sicher? Jop. 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 Ja, das ist doch wohl scheißegal. Gern, ich bin erinnert. Das ist natürlich ein Ehrenbürger, die Pflicht, das zu melden. Das muss so sein, machen wir das auch. Deine Tatkonsequenzen haben wir, du kannst die Zeit zurückgehen, um dich anders zu entscheiden. Okay. Ach, komm. Boah, ganz, ganz übel. Boah. Mhm, 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 mhm. Tja. Das ist schon geil, mit der Zeit zu spielen, muss man echt sagen. Das ist sowas, was ich auch gern könnte. Du kannst mir vertrauen. Es gibt nichts, was zu schützen. Ich habe krank. Es passiert, du weißt. Es gibt das Team 2 wieder. Ich habe genug gehört. Ich glaube, ich weiß nicht, was hier passiert. Du hast nur hier drei Wochen gewesen, und du hast bereits Konflikt. Ich glaube, deine Eltern werden es nicht, wenn sie herausfinden. Gehen wir rein mit Glas. Bitte? Ja, ja, mach ich ja, mach ich ja. Bleib mal ganz geschmeidig. Nein, er hat das überhaupt nicht gekauft. Ich habe mir einfach meine Scholarship durchgebracht. Ja, ab und zu sollten wir vielleicht auch einen Knopf drücken, damit die Tür aufgeht, ne? Alles wieder gespeichert. Das ist schon schön hier. Oh, das ist aber eine schöne Schule. Blackwell Academy. Das sind aber nicht viele Leute in der Schule gewesen, wenn Feuerlarm ist. Das ist natürlicher. Wir müssten ein Poster. Rachel Amber. She looks so hopeful and pretty. Hm. Gute Frage. Okay. Vielleicht auch mit Drogen in Kontakt gekommen und, ähm, ging's ab so. Gucken, ob wir das Mädel finden wollen sie dann. Aha, 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 aha. Wow. Was zum. Okay. Das ging so. Das Ding ist natürlich irgendwie, ähm. Ach du Scheiße. Die Waren, wer auch immer das ist. Wo ist das Wohnheim? Ein Tagebuch zu öffnen. Oh, ich muss Waren Stick aus meinem Zimmer holen. Das ist natürlich cool. Was denn das alles noch? Oh, das sind die Personen. Aha, das ist Episode 1. Aha, aha, aha. 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 Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Das ist genau eine Woche immer. So wie es aussieht pro für jede Episode. Und das sind so wie es aussieht 1, 2, 3, 4, 5 Episoden. Hm. Alles klar. Gut. Das ist natürlich schön. Wir müssen natürlich ins Wohnheim. Das ist nur die Frage, wo ist das Wohnheim? Dort ist die Schule. Dort ist die Schule. Da wollte ich mich verarschen. Wo ist das Wohnheim? Alter. Na gut, gehen wir davon aus, dass da hinten das Wohnheim ist. Ich weiß es ja auch nicht genau. Ja, und da fehlt so eine Minikarte irgendwie, ne? Dormit, Dormitories. Aha. Das ist schon mal, habe ich auch schon mal, äh, schon mal die richtige Gefühl gehabt hier. Das ist natürlich Kummer. Also. Auf zum Wohnheim. Und dann schmeißen ein bisschen die Football da rum. Schee, amerikanisch Klischee. Wie es sich so geht. Wohnheim wird so wie es aussieht renoviert. Na Jungs und Mädels. Alter, ich muss hier durch. Alter. 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 Wie sie aggressiv sind, Alter. Willst du auf die Kasse, Alter? Ich zieht schon ab, Alter. Alter. Höhöhöhöhöh. Ohohoho. Oh, warte. Hold that pose. So original. Don't worry, Max. I'll put a vintage filter on it right before I post it all over social media. Now, why don't you go fuck your selfie? Oh, yeah, Victoria. I'll get your bony ass out of my way. Hmm. Okay, now where exactly is the sprinkler valve? Sprinkler-Ventil. Huh. Was da? Okay, now where exactly is the sprinkler valve? Er ist wahrscheinlich dahin, oder? Geh ich wohl schon spät davon aus. Was ist dahin in dem Räumchen? So. Sprinkler, Sprinkler. Normalerweise ist es immer an der Wand so angebracht. Ist das? Sprinkler-Ventil. Sprinkler-Ventil. Warum fliegt auf einem Pinsel rum? Kann man irgendjemand sagen? Hm? Hm? Tja, du kleine Vorzeh. Oh, hab ich dich erwischt, hm? Alte Nute. Alter. Muss ich euch noch mal nass machen? Irgendwie geht die mir doch schon ein bisschen auf den Keks, ne? Mess? Okay. Das ist natürlich... Oh, kaum ein bisschen mehr Stoff geben. Ach du Scheiße. Boah. Und nun? Okay. Manipulieren. Hihihi. Das ist natürlich jetzt ganz, ganz asozial. Jetzt wird's ja richtig... ...bop. Batsisch. Junge. Bisschen schneller kraxeln. Los, häng ihn da hin, häng ihn da hin. Ja, sehr schön. Und? Alles klar. Dann habe ich jetzt verstanden. Oh. Na, das tut irgendwie sch... Zuerst manipulieren. So. Und nun? Benutzen. So. Jetzt muss das eigentlich funktionieren. Das wird es richtig bösartig. Das ist natürlich übel. So muss das sein, so muss das sein. Und jetzt? Tja. Hey, Victoria. Was willst du, Max? Das trösten. Tja. Ich habe ein paar Talent. Mr. Jefferson hat mir gesagt, dass du deine Bilder gesehen hast. Du hast ein großer Gesicht. Richard Avedon. Er ist einer meiner Heroin. Danke, Max. Tja. Schön einschleimen. Hm. Du wirst einen besseren Schuss. Sorry about blocken you and the go fuck your selfie. Tja. Das war mean, aber ziemlich lustig. Naja. So lustig fand ich das jetzt nicht, ne? Es gibt witzigere Dinge auf jeden Fall. Genau, lass mich durch, damit ich den scheiß USB-Stick holen kann hier. Das ist komisch, ich kann die Treppe nicht hoch. Ich kann nur per X, kann ich das dann da sagen. Ich will da nein, ne? Das ist natürlich ein bisschen komisch. Und so. Was ist denn das? Alter. Leute, wir müssten posten. Alter, was geht denn hier? Alter, scheiße. Was ist denn hier los? So, ist noch die Frage, wo ist eigentlich mein Zimmer? Ah, da. Schön ein Schild. So. Das ist also ihr Zimmer. Das ist natürlich toll. So. Also. Jetzt überlegt mal, was fehlt da eigentlich? Die haben wir nur. Sonst nichts. Sonst keinen Namen. Komm. Mal kurz ein bisschen flachlegen hier. War ein stressiger Tag bisher. Irgendwie kriege ich halt Gänsehaut wie eine Sau und wünsche ich mir auch dort. Könnte mich so entspannt zurücklegen. Ich denke, ich stehe ein bisschen nachdenken. Ich glaube, das mache ich auch, wenn ich hier fertig bin. Ja, ja, ja. Gut, dann gehen wir mal den Stick holen aus ihrem Zimmer. Aber das Ganze erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Macht's gut. Tau drei. Tau drei. Tau drei. Tau drei. Tau drei.